Herzlich Willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Hobte in der Stadt Winsenluhe. Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus ca. 95 Mitgliedern aus dem Bereich aktiven Mitglieder, Alterskameraden und Jugendfeuerwehr. Die Feuerwehr Hobte verfügt über ein Löschgruppenfahrzeug, ein Mehrzweckboot des Landkreises Saarburg, einen Gerätewagen sowie ein Kleinboot der Stadt Winsenluhe. Wir vertreten unsere Feuerwehr nach innen und nach außen. Das heißt, wir sind für die Kameraden da, für die Kameradschaft, aber auch als Ansprechpartner für andere Vereine und andere Personen, die Anliegen fragen, an die Ortsfeuerwehr haben. Die Führung einer Ortsfeuerwehr obliegt zwar dem Ortsvermeister oder dem Stellvertreter, aber wir tun das ja nicht alleine. Dies bedienen wir uns einem Kommando, dem Ortskommando, was sich aus verschiedenen Funktionen und Mitgliedern zusammensetzt. Wir beantragen entsprechende Mittel oder Gegenstände, die wir brauchen, unsere Arbeit durchzuführen und werden dabei gehört. Alles weitere plant hier bei uns der Stadtwermeister und bespricht mit uns diese Vorgehensweise. Zum Ende des Jahres setzen wir uns zusammen mit unseren Führungskästen, mein Steuervertreter und ich und überlegen uns den Plan für nächstes Jahr. Dazu gehört einen vernünftigen Dienstplan zu erstellen, einen attraktiven und interessanten Dienstplan zu erstellen, aber auch zu überlegen, welche Kameraden schicken wir zu besonderen Weiterbildungen und Ausbildungen, sei es Abendschutz, sei es Maschinisten-Lehrgang oder oder oder. Für alle Interessierten in Anderfeuerwehr, meldet euch bei den Feuerwehrkameraden, kommt zur Feuerwehr, sprecht den Ortsvermeister an, dieser wird euch die Feuerwehr dann näher bringen. Und wenn das Interesse immer noch besteht, ist es so, dass es einen Aufnahmeantrag gibt, der dann mit einem Kommando besprochen wird und ich sage einfach mal, zu 99 Prozent auch befürwortet wird, dass man in die Feuerwehr aufgenommen wird. Für die Feuerwehr Hobte ist ihr Einsatzschwerpunkt die Elbe. Wir decken mit dem Kreisboot, das Boot des Landkreises Harburg, hier die Elbe ab. Bei Einsätzen unterstützen die anderen Ortsfeuerwehren. Voraussetzung dafür ist natürlich, wenn wir diese Boote, um die Einsätze auf der Elbe bewältigen zu können, zur Verfügung gestellt bekommen, müssen natürlich die Kameraden auch mit den entsprechenden Fahrerlaubnissen ausgestattet werden. Das heißt, wir bieten dann Bootsführerscheine an, die die Kameraden auch machen, um eben das jeweilige Gerät auf der Elbe auch nutzen zu dürfen. Was macht es interessant, als Ortsvormeister zu arbeiten oder das Amt zu übernehmen? Das ist, mit seinen Kameraden etwas bewegen zu können. Und auch gegebenenfalls, wenn es zu Einsätzen kommt, diese Einsätze vernünftig abarbeiten zu können, anderen Menschen in der Notlage helfen zu können. Weiterhin ist Ortsvormeister und sein Stellvertreter für eine gute Kameradschaft innerhalb der Wehr zuständig. Dies betrifft nicht nur dienstliche Belange, sondern auch gegebenenfalls bei privaten Fragen und Anregungen der Kameraden, sich Zeit zu nehmen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn ohne diese Kameradinnen und Kameraden kann ein Ortsvormeister alleine nichts und wirklich gar nichts für will. Musik 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 Musik